Hallo und herzlich willkommen zum Galactic Update von Planetary Alienation. Ja, das kam raus, ich hab's ein bisschen verpasst, glaub ich. Ähm, das war das letzte Update, glaub ich, ja. Dann gab's hier ein kleines Update. Und hier, huge Update, huge News. Heute enden wir zum ersten Mal den Galaktischen Krieg und Singleplayer Experience. Äh... Der Galaktische War soll sich bei jedem Beispiel anders anfühlen. Und die detaillierten Notes kommen bald. Wir sollen ein Auge draufhalten. Das Icon von Planetary Alienation sieht auch ein bisschen anders aus. Ich kann's ja mal ins Bild schieben. Man sieht's jetzt hier oben ganz klein. Also sieht ein bisschen anders aus. Äh... Tja... Oh, es verrät, wer ich bin. Hm. Ich hab die Settings mal umgestellt auf ein bisschen höher. Warum wird das Sound hier so... Wow. Das geht ja gar nicht. Der ist... Na gut. Galaktischer Krieg. Faktion. Okay. Also es gibt die Faktion Legonis Machina. Foundation. Synchronous. Reventus. Oder... Moment. Reven... Revenants. Vehicle Commander. The Vehicle Commander loadout contains basic Vehicle Factory. Ach, und da gibt's hier noch andere ab. Mal gucken. Und hier hat sogar der Commander einen Scroll-Miner. Ne, das... Äh... Defeat first seeker Osiris on Alika then and only then you will find this high-flying loadout. Ein fliegender Commander? Mitraksh, the Machinist, controls the data from this Beeple... Bi-Pedal. Loadout somewhere on Kup-Crew. Und das war eine E-Mail. Ähm... Weil hier... Ein Livestreamer ist gerade online gegangen, der zufälligerweise gerade den Galactic Wash testen will. Haha. Mach ich jetzt aber auch gleich. Commander Invictus is rumored to have this long-ranged loadout on core system. Okay. Und dann gibt's hier noch drei weitere. Können wir uns ja auch nochmal schnell angucken. Äh... Das soll first seeker Osiris wieder auffindlich machen. Äh... Commander Invictus hat dieses mächtige loadout im Etara-System versteckt. Nur Inquisitor, Nimicus, knows the data... äh... Candidator, das Assault, Focused, Loadout. Okay. Aha. Eigentlich stehe ich auf ASEON. Und wir nehmen mal die... Äh... Die Leginus Machina. Legions Machina. Also die maschinellen Legionen. Das heißt, Uber... Über... Ich will's mir ja eigentlich nur angucken. Oh, Normal hat ein Annihilation. Name. Ähm... Ups... Date. Öst... Ich werd das auch, wenn... Wenn es möglich ist... How to play. Hey, hier. How to play. Äh, bewege mich vom Sternensystem zu Sternensystem. Äh, sammle Techs. Benutze diese Technologien, um die feindlichen Fraktionen, die Galaxie, zu besiegen und zu erobern. Will ein Loadout, dass du deinem Commander, äh, dass deinem Commander verschiedene Starting-Technologien konfiguriert. Was? Achso, um da Konfigurationen zu geben. Äh, navigate the galaxy map by jumping from system to system. Ähm... Okay. Also, man erkundet das durchs Springen von System zu System. Man muss uneroberte Systeme erkunden, um Technologien zu erobern. Feinde annihilieren, ähm... Um in deren System die Techs für sich zu beanspruchen. Also, die vorher sie beanspruchen, dann für sich selber zu beanspruchen. Äh, manche Systeme haben versteckte Commander-Loadouts. Äh... Hier, besorgen sie dir für zukünftige Galactic Wars. Tech kann entfernt werden. Äh, um... Um Platz für Neue zu machen. Äh... Gelöschte oder... Und zurückgewiesene Technologien sind für den Rest des Krieges verloren. Neue Datenbanken können... Oh, 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 oh. Neue Datenbanken können beim Erkunden von Systemen entdeckt werden. Und die Anhalation ist final. Ist endgültig. Soll ich da reingucken? Oder soll ich, äh, lieber einmal ein richtiges Spiel davon machen? Ich glaube, ich werde ein richtiges Spiel davon machen. Ich habe jetzt nämlich herausgefunden, wie ich mit einer anderen Aufnahmetechnik aufnehmen kann. Und dann kann ich auch lange Videos problemlos aufnehmen. Das heißt, ich werde, ähm, das Video hier praktisch nach 6 Minuten schon beenden. Oder nach 7. Keine Ahnung, wie lange ich noch rede. Mal sehen, dass... Eigentlich, ja, Replays wurden auch hinzugefügt. Ich glaube, die gab es aber schon vorher. Ähm, in der Armory. Gibt es hier was Neues? Oh ja, die Armory wurde neu aufbaut. Was? Die wollen... Nein, nein, gar nicht. Okay, gut. Ja, gut. 5, 5 und 10 Dollar. Okay, ja. Azon. Also, ich besitze hier schon eine ganze Menge. Nur die drei dort nicht. Ah! Ja, ich bin Alpha und Beta-Persicipant. Und das geht auch mit Coupon kurz. Sieht der Systemdesigner anders aus? Einfach mal gucken. Nein. Der Systemdesigner hat sich nicht verändert. Doch, seine Grafik wurde schlechter. Ach, ne. Anders. Ich habe die Grafik früher eingestellt. Und es sieht für mich jetzt zumindest schlechter aus. Naja. Tutorial. Achso, dann starte ich ein Video. Nein. Schließen. Okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Im Galaktischen Krieg. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.